Filmfakten! Kennt ihr Felix Kammerer? Er spielt die Hauptrolle in Im Westen nichts Neues. Er hatte in dem Film auch sein Debüt. Um die Rolle glaubhaft zu verkörpern, trug er in der Vorbereitung zu den Dreharbeiten monatelang eine zehn Kilogramm schwere Weste. Und apropos Im Westen nichts Neues. Daniel Brü, der in dem Film auch zu sehen ist, spricht fünf Sprachen. Neben Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch spricht er auch Katalan, die Amtssprache seines Geburtsorts Barthelona. Keira Knightleys Vorname ist das Ergebnis eines Schreibfehlers. Ihr Vorname ist Keira, also K-E-I-R-A. Der wird aber nur so geschrieben, weil sich ihre Mutter auf der Geburtsurkunde verschrieben hat. Ursprünglich sollte das nämlich K-I-E-R-A buchstabiert werden, also I und E umgetauscht. Jenna Ortega, die in Wednesday die namensgebende Wednesday Addams spielt, wurde durch Facebook entdeckt. Ihre Mutter filmte die erst siebenjährige dabei, wie sie einen Monolog vorführte. Ein Castingagent sah das Video und schrieb darauf die Mutter an. Habt ihr Bock auf weitere?